Frieders Gübeck, Schwarzvogel, aus dem Schwedischen von Julia Gschwilm und Thomas Altefrohne, gelesen von Tanja Gege, Produktion der Audio Verlag. And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, that I scarce was sure I hurt you. Here I opened wide the door. Darkness there, and nothing more. Edgar Allan Poe, The Raven. Prolog Vor ihr breitete sich der See aus, der Wompchön, dort, wo er in die Senke zwischen zwei Hügelketten und dann weiter bis in die Ostsee floss. Gunn stand auf dem Sandstrand und blickte auf die mächtige, gefrorene Wasserfläche hinaus. Es war bereits Januar, aber noch hatte es nicht geschneit. Das dünne Eis lag glänzend vor ihr. Der betongraue Himmel spiegelte sich darin. Rundherum erstreckte sich ein Kranz aus dunklen Baumspitzen. Schon immer war der große See ein wichtiger Teil ihres Lebens gewesen. Auf der einen Seite umgeben von Feuchtwiesen, flachem Grasland und niedrigen Sandwellen, auf der anderen Seite von Wald. Hier gab es eine vielfältige Vogelfauna, und es herrschte ein Geruch nach Rinde und Mandelblüte, den sie sehr liebte. Hierher kam sie, wenn sie sich nach Ruhe sehnte. Dies war ihr Ort. Als Anders und Lasse noch Kinder gewesen waren, waren sie im Sommer immer zum Baden an den See gefahren, und als sie älter wurden, beobachteten sie Vögel und angelten mit ihrem Vater Ingemar. Gunn erinnerte sich an ihre stolzen, begeisterten Gesichter, wenn sie glänzende Fische hochhielten, und das Bild rührte sie. Als Kinder hatten sie so gern miteinander gespielt. Doch als sie älter wurden, entfernten sie sich immer mehr voneinander. Ihre aufreibende Teenager-Zeit war von harten Worten, knallenden Türen und der einen oder anderen Prügelei geprägt gewesen. Inzwischen waren ihre Söhne fast bei jedem Thema unterschiedlicher Meinung. Nur in einer Sache waren sie sich einig. Dass Gunn ihre langen Spaziergänge am See einstellen sollte. Jedes Mal, wenn sie aufbrach, monierten sie, es sei gefährlich, allein wegzufahren. Sie solle sich lieber in der Umgebung des Hofes aufhalten, wo das Risiko zu stürzen oder sich zu verirren geringer war. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017